Hallo ihr Liebeden, wir sind wieder am Start, ihr Pallando und Millie. Hallo. So, Flugroute. Einmal das Flugzeug auch voll mit 100 Leuten. Ja, 98 Opfer. Ja. Und die beiden Gewinner, also die anderen. Ja. Naja, wenn man mal guckt, wie oft wir jetzt Zweiter geworden sind, waren die anderen wirklich immer die Gewinner. Ja, vielleicht sind es auch vier, das wissen wir natürlich noch nicht. Können wir auch vier sein. Das stimmt. Aber, wenn euch dieses Desaster gefällt, lasst mir ein Like und ein Abo da. Dankeschön. Oder bin ich gleich mal gespannt. Links habe ich, glaube ich, gerade schon was gesehen aus dem Augewinkel. Ganz viele Fallschirme sind südwestlich von uns, Richtung Brücke da hinten. Aber überall ist auch... So ganz verteilt, also... Ja, und hier ist wenig. Ja, aber die, die hier runtergehen, sind mit Sicherheit bunte Fallschirme, wa? Ah, verdammt. Ich hoffe, dass er jetzt nicht wieder auf Englisch umgestellt hat. Hallo, hier ist mein Name. Mein Lied in Englisch, please. Oh. Hier ist wer gelandet bei mir. Okay. Ich habe nur den Fallschirm gehört. Ich habe noch keine Waffe. Ich gehe direkt mal oben hoch, um es um oben zu gucken. Ich höre wen, ich höre wen, ich habe noch keine Waffe. Meine Shotgun, nimm mal hin. Ganz schlechter Winkel, wo ich hier stehe. Der ist von mir 45, 50 Grad. Ja. Dieses Haus hier irgendwo. Der ist hier links bei mir im Haus irgendwo. Erste Waffe habe ich. Ich brauche nur eine Shotgun. Okay. So wie der... Ja, komme. Sicherheitsspieler. Siehst du den schon? Hab ihn. Okay. Durchs Fenster. Hier sind aber noch Schüsse. Warte, wo sind die Schüsse? Oh, das ist doch alles. Hier läuft ja. Ich bin das. Tippe ich. Noch näher dann bis... Also wenn es laut war, dann war ich es nicht. Oh, hier sehe ich schon. Ja. Triss wirklich viermal einen Toten und... Nur, du schießt nur auf der Schößen. Naja, also nicht so, der schon gedowned ist. Triss hier meinen Toten. Komm, schieß weiter, dass ich höre, wo du bist. Oder ganz hinten. Da sehe ich einen. Bist du schon weit weg? Ja, aber im Dorf... Sie ahnt zwar. Ich bin mal hinterher gelaufen, du bist ja wirklich ganz weit weggelaufen. Ja, ich bin den Geschüssen nach. Ja. Mein Wolli hat mir gesagt, ich soll... Oh, hier im Dorf geht es auch noch ab. Ja, ja. Vorig wäre ein Spieler, bin ich noch weit weg von dir. Ja, hab ihn. Guck ich jetzt wieder Puschink hier rein, wo die Schüsse herkommen, da in die Ufer? Ja, komm mal. Da ist noch was bei dir. Bei dir schießt noch was. Ich habe keinen Range wie sie. Ich muss noch ein bisschen gucken. Sekunde. Zumindest in zwei Jahren kann ich dir hinschmeißen. Oh, danke. Das ist auch recht. Ich kam irgendwo von da hinten. Aus den Hütten. Oder dahinter oder davor oder überhaupt. Ich kann es... Also ich weiß nur, dass es aus der Richtung kam. Das war jetzt einfach nur... Nicht genau da kam es her, sondern einfach nur... Wir müssen auch zumindest dann mal ran an die Hütte, weil... Bombenzone. Hinten raus. Äh, ich glaube hinten das Gebäude. Eher da. Vor mir. Ah. Hinten im Feld, irgendwo da hinten. Ja, hab ihn getroffen. Ich geh mal hier rein. Kill. Sofort tot. Okay, 6. Ich bin auch drin. Ich muss um 7er Moon, wenn ich haben kann. Liegt da vorne ganz viel. Ja, habe ich gesehen. Und ich brauche unbedingt einen Rucksack, weil das ist... Wenn du einen kleinen irgendwo siehst oder was auch immer. Bin ich mega dankbar. Hier ist ein Zweier. Perfekt. Wenn du einen 45er Moon für die oben findest. Okay, weil hier wäre eine Mikro-Uzi. Willst du die vielleicht lieber nehmen? Ne, ne, ne. Ich bleib bei der oben. Okay. Willst du das Vierer haben? Ich habe einen Sechser und einen Vierer jetzt. Okay. Perfekt. Die wäre das, glaube ich. Ah, die nehme ich auch. Ich habe nicht ein normales Visier gehabt. Was ist denn das normale Visier? Hier oben liegen noch welche, falls du brauchst. Ja, okay. Hier soll noch ein Sechser übrigens. Warst du das? Ja. Okay. Ist der Typ hier draußen tot gewesen? Ja, ja. War sofortiger Kill. Also direkt Treffer tot. Irgendwo hier oben wird noch gefassen. Ja. Ach, du Scheibenkleister. Jetzt habe ich irgendwie gerade die Waffe so verwechselt. Okay. Bock ich hier die Post ab, oder? Dafür, dass überhaupt keine... Also nichts zu sehen war. Mhm. Guck mal, hier wäre der Klapp. Der Klapp-Dödel da gewesen vom... Von der Mikro-Usi. Oh, den hatte ich sogar im Inventar, aber... Okay. Sehr ein, da hinten. Betroffen. Sehr gut. Aber leider nicht im Kopf, sondern nur... Da ist ein Bot. Der läuft gerade genau immer den selben Weg vor uns zurück. Hab ihn wieder getroffen. Oh nein. Das ist die Munition alle. Also die... Der Stack. Moment, nochmal hier unten, da hinten rennt noch wer rum. Immer noch nicht bedauert. Ist das der gleiche? Ja, Kill. Jetzt gerade tot. Ja, genau. Bombenzone bleibt drin. Ja. Sieben am Mund, brauchst du noch? Hast du genug? Äh, hab ich jetzt genug. Also hier in dem Haus war ich eben gerade ordentlich. Muss mal gucken, wie es mit... Äh... Erste Hilfe und sowas das wäre. Ich glaube, ich dann später nochmal gut. Also Heilung. Hab ich nur ganz wenig. Aber auch alles im Bereich. Oh, das wird military, war. Äh, ich hab ehrlich gesagt jetzt gerade viel Angst. Ich hab richtig geguckt. Aber kann gut sein, ja. Kennst du draußen, ja, ne? Nee, ich bin drin. Hey, ich kann mal mitzulissen. Ja, ja, alles gut. Voll gierig. Den mach, ey. Ach was? Sonst sagst du wieder, ich helfe dir nicht. Dann du magst du mich erschießen. Ja, nur ein bisschen anschießen. Nicht erschießen. Wollen wir mal ein bisschen. Ich sag mal leicht töten. Ähm, so, dann müssen wir jetzt wirklich definitiv nach dem Fahrzeug gucken. Ja, gehen wir nach Süden Richtung Straße. Ja. Ich hab ein Mountainbike. Und das... Wir gehen hier hoch, die Richtung Schüsse 110. Ja. Komm. Geh mal gucken, wie soll dich da noch Flugroute, ey. Liebe Güte. Liebe Güte. Ich hab grad noch ein ganz bisschen Munition eingesammelt. Äh... Da bist du ja, okay. Ja, ich renne Richtung Schüsse. Ich muss bloß einen Energy mal schnell nehmen. Ja. Ja. Komm nicht laut. Das, was von hinten kommt, bin ich. Das Radl. Das Radl. Wir haben jetzt einen Radl da. Der ist hier vor mir irgendwo. Vorsicht. Ja. Hau ich vorbei. Ja, mach ich. Der muss hier irgendwo sein. Ja, sehen. Äh, Stein vor dir. Vorsicht, ich hab auch grad ihn ins Visier genommen. Also. Das war ein Spieler. Die ist vor ein Spieler. Achso, hat ein Blueprint in sich. War aber sofort tot, ne? Gut. Spieler. Ich komm zu dir. Du bist so weit weg. Da bin ich alleine. Nein, du bist nicht alleine. Da vorne ist wer. Da bin ich hinter dem Baum. Doch, ich bin allein. Da braucht es keiner. Also zumindest von meiner Prüsi mich. Hast ihn? Ja, Headshot direkt tot. Okay. Bin ich? Weil wir ja los müssen. Markierst du was? Na, ich will erstmal gucken, wo die vorne irgendwo. Was war. Vorne war noch Schlüssel. Hinten über die hintere Brücke oder wie in die vordere Brücke? Achso. Nö, wir können ja ruhig hier rumfahren. Erstmal Richtung Gabe und dann über die Brücke. Und dann fahren wir von hinten rein. Das wird eh military. Wollen wir da vorne auf den Wagen wechseln links? Da ist noch ein richtiges Auto. Links hier, links rüberfahren. Einfach da geradeaus. Geradeaus fahren. Geradeaus hier rüberfahren. Über den Hügel. Ein bisschen mehr Deckung, wenn man über die Brücke fahren. Weißt? Ah, ich fahre. Ich dachte, du bist auch ein Fahrer. Sorry. Alles gut. Ich dachte, ich bin Beifahrer. Bist du nicht, aber alles gut. Ja, vorne kommt schon, aber es macht nichts. Jo. Nein, nicht überdrehen. Nicht. Ich glaube, du hast nur noch ein Schmerzmittel. Du bist aber nicht so gut die Runde. Ich fahre mal hier an der Kreuzung jetzt rechts. Also quasi hier, genau. Und jetzt mal oder weniger direkt auf zu, weil die nächste Zone... Oh, wie so Eier. Ja, ich rutsche. Dann weiß ich nicht rauskomme. Dann sind wir beim Asisch. Und du warst, wenn ich mal gerade war, wenn ich war hier. Ich war das Loch in der Straße, war aber nicht immer so, oder? Nee, ich glaube nicht. Ist ja witzig. Kann man ruhig gerade drüber gehen, weil... Ja, ich habe so schnell auf die Karte geguckt. Hohe 28. Jetzt sterben die wieder im Spielbereich. Oh Mann! und das sind alles eigentlich unsere opfer war das nicht so dass das wäre so mal so mal so da hinten irgendwie in den gebäuden vielleicht behalten dass du dich noch ein kannst du dir vielleicht noch gucken ich bin der holger erweiterungsmagazin für maschinen dann wollte ich schon sagen und genau als erstes heilung gefunden und natürlich drei beste gefunden guck mal das doch alles schön und gelohnt sagst du eindeutig die zwei weste deines heil hast du was abkommt alles gut geht es gut ich glaube es war schon mit gebäuden guck mal hier irgendwo was war das andere lohnenswert aus der kiste wollte jetzt zum auto hin oder wollten wir hier erst mal abwarten kursen zum wiederbeleben und die blut sind okay aber kann ich irgendwie nicht benutzen jetzt kann es benutzen rolle von reparatur z das war glaube ich das was du gesagt hattest genau du kannst deine rüstung wieder heile machen so eine kontrolle 15 leben nur noch ich würde sagen wir waren ja ich hatte mir die sanitätskiste jetzt einfach mal fastens halber gegönnt jetzt legst du die hand auf meinen rücken hast du abgesehen ja das ist ja nett ja ruhig am zonenrand hier lang zu weiter links hätte ich gesagt weil sonst aus dem militärgelände kommen kleiner hast du ja keine ahnung schwer zu sagen ich hätte fast eher gedacht dass hier rechts irgendwer noch aus als nahm leben Aber auch so nie, wa? Mhm. Dabei wäre man früher in dem Spiegel gestorben. Mhm. Da oben rennt wer? Ja. Auto jetzt. Da fahren sie. Nach links weg mit dem Buggy. Okay. Ist bei mir genau ein Baufrau gewesen. Konnte ich nicht sehen. Ja, man weiß jetzt die Richtung, wo sie sind. Mhm. Da bleiben. Mhm. Das wird da unten richtig auf Open Field. Wieder zu Ende gegen da euch. Jetzt kommt die Zone. Oh. Böse Wumme. Ja. Äh. Da hört. Hast du den Buggy? Ja. Ich glaube bei meiner Markierung ist er. Mhm. Mhm. Ich versuche auf die andere Staaten Seite zu rollen. Mhm. Ich muss fahren. Ich habe versucht da oben das Auto quasi im Auge zu behalten. Ja. Aber ich glaube hier ist gut. Ja. Wirkt zumindest erstmal. Mhm. Kannst du relativ gut nach rechts gucken? Ja. Relativ. Weil dann würde ich nämlich mal einmal über den Kamm lunzen da hinten wo das Auto war. Pass auf dein Köpfchen auf. Ja. Unbedingt. Ich bin Fahrzeug. Ja. Hab ich irgendwie Granate. Ich hab noch einmal Rauch. Das war's. Ich hab splittert eine Rauch und. Da oben wo das Auto ist. Ist definitiv auch Mensch gewesen gerade. Vorsicht. Ich seh noch wen am Baum. Dahinter. Oh. Runter. 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 Heim. Er muss sein Maid erstmal wiederholen. Mhm. Den haben wir ausgenockt. Und einer ist tot. Was rauchen sie da hinten? Mhm. Aber nur noch 5. Also. Naja. Er ist jetzt durch den Spielbereich getötet. Mhm. Vielleicht kommt die Zone. Oh. Das Auto ist draußen. Toll ich uns mal schnell rein. Ich glaub die sind drin. Oder ist gerade in den zweiten Rauch reingesprungen. Also quasi runter. Da ist jetzt ein 3er Team noch. Ich glaube ja. Scheiße. Wir sind jetzt alle im Rauch. Mhm. Also wenn. Wär es vielleicht schlau von links rein gelaufen zu kommen. Oder zu laufen oder fahren. Äh. Weiß ich nicht. Fahren ist ein bisschen Schutz. Die wissen ja eh wo wir sind. Ja. Das stimmt. Komm noch. Oh fuck. Lauf. Bringt nichts. Das Auto rollt hier. Berg runter. So. Das ist jetzt mein letzter Energy. Oh ist das hier offen. Mhm. Ist das offen. Scheiße. Aber es kann sein durch die Bäume. Dass wir uns nicht gut sehen. Oder gar nicht. nicht. Aber die haben Hike. Oh ist das kacke. Rechtsschüsse. Mhm. Waren die auf uns? Ich glaube nicht. Okay. Das wäre schon mal gut. Ja. Ja. Waren die auf uns kommt. Waren. Wo ist das Auto? Hier sind die zwei Autos. Verdammt. Da stehen sie direkt. Da vorne haben ein Stein. Ist wer? Au. Hinter dir ist wer. Hinter dir ist wer. Außerhalb der Zone. Ja. Ich konnte die Waffe nicht wechseln. Hat nicht gewechselt. Der liegt außerhalb der Zone der Arsch. Und ist jetzt an der Zone verreckt. Oh ist das ärgerlich. Ah. Zweiter Platz ey. Wie immer. Ja ja. Oh ist das ärgerlich. Der lag außerhalb der Zone im Gras. Du bist dann eben vorbeigelaufen. Der lag direkt hinter dir. Okay. Den habe ich nicht gesehen. Ne. Hab ich gesehen. Oh ist das ärgerlich. Aber eine schöne Runde. Von da habe ich. Weil wieder ein schöner zweiter Platz. Von da habe ich echt nicht mit einem Schuss gerechnet ey. Aua. Juti vielen Dank fürs zu gucken. Wenn es euch gefallen hat dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge PUBG. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.